Ich höre jetzt etwas mit von dem armen Inuit, der seine Erlebnisse ohne Shit nur an den Suizid hat. Er hat dank einer Depression Freude am Sterben bekommen und hat gemerkt, es fehlt Munition. Er müsste zuerst noch davon bestellen. So geht er gleich davon bestellen. Kaum ist er im Internet, googelt er sich ein Sterbebett und bucht einen Flug bei EasyJet, weil er in die Schweiz zu Exit möchte.